Willkommen zurück zu The Division, mein Name ist Latan und ich begrüße euch ganz herzlich hier zu meinem 2000 Abonnenten Spezial. Eine ganze Reihe von euch hatten ja gefragt, ob es denn möglich wäre, mal mit mir gemeinsam hier in The Division um die Häuser zu ziehen. Und ich habe mir gedacht, hey 2000 Abonnenten, was gibt es für eine bessere Gelegenheit als die, genau das gemeinsam mit euch zu machen, mit euch gemeinsam hier in The Division die ein oder andere Mission zu spielen. Und drei Dinge sind wichtig. Erstens, ihr müsst 18 Jahre sein, denn The Division ist ja ab 18. Die nächste Sache wäre, ihr müsst The Division auf PC spielen, denn ich spiele The Division ja nur auf PC. Und die dritte Sache, ihr solltet natürlich ein TeamSpeak besitzen und ein Headset, sonst macht die ganze Sache natürlich gar keinen Sinn. Die ganze Aktion gilt bis zum 19. Juni und zwar nächsten Sonntag 24 Uhr. Wenn ihr euch bis dahin bei einer E-Mail-Adresse gemeldet habt, die ich euch jetzt einblende, dann werde ich gemeinsam mit euch in The Division um die Häuser ziehen. Wenn sich mehr melden wie zwei, drei Leute, dann werde ich die Aktion auch auf jeden Fall wiederholen, sprich, wenn sich, was es ist, zehn Leute melden, die darauf Bock haben, dann mache ich das Ganze mehrfach und werde das Ganze natürlich auch aufzeichnen und hier bei mir auf dem Kanal veröffentlichen. Also, wenn ihr darauf Bock habt, schreibt mir eine E-Mail und ich melde mich dann auf jeden Fall bei euch und werde mich auch mit euch auf dem TS gemeinsam treffen. Und da werden wir dann alles weitere besprechen. Jetzt hoffe ich mal, dass euch die Aktion gefällt und dass ihr euch natürlich auch zahlreich meldet. Und ansonsten könnt ihr mir natürlich gerne ein Däumchen hinterlassen, in die Kommentare schreiben, meinen Channel abonnieren und dann sehen wir uns demnächst hier in The Division. Euer Latan.